Was geht ab meine Freunde, Brofist, Anirost, hier ist Majestical und ich begrüße euch heute zu den German Top CD Shots vom 10. Mai. Wir haben heute Post Cryer, dieser Junge ist echt ein Talent, er spielt so und zerstört auf HiRise, was er hier macht ist richtig, richtig geil. 1-3-6-10, los, go, collateral, oh mein Gott, richtig geil. Und ich meine, der hat die Leute noch nicht mal gesehen, also hier durch die Wand, finde ich richtig nice den Clip und ihr könnt ja mal gerne zurückspulen, am Anfang des Clips hat er einen Trick mit dem Messer gemacht, falls es euch nicht aufgefallen ist, finde ich auch ziemlich geil. Ich bin hier raus, Leute, auf Wiedersehen, ciao.